Florian Silbereisen hat Beatrice Egli während ihrer Schwangerschaft liebevoll betreut. In letzter Zeit erlebte die deutsche Unterhaltungsindustrie wunderschöne und emotionale Momente des berühmten Paares Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Als Beatrice bekannt gab, dass sie schwanger sei, freuten sich nicht nur ihre Familie und Freunde, sondern auch Millionen von Fans. Was jedoch alle am meisten bewundern lässt, ist Florian Silbereisens Hingabe und Rücksichtnahme gegenüber Beatrice während ihrer Schwangerschaft. Florian Silbereisen ist nicht nur für seine Musik- und Fernsehkarriere bekannt, sondern auch für sein gütiges Herz und seine Liebe zur Familie. Als er erfuhr, dass Beatrice schwanger war, kümmerte sich Florian mit all seiner Liebe und Aufmerksamkeit und sie. Ein enger Freund des Paares erzählte, Florian war immer an Beatrices Seite, von regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen bis hin zu Zeiten, in denen sie sich unwohl fühlte. Er hat immer alles dafür getan, dass Beatrice sich wohl und geliebt fühlte. Florian kümmerte sich nicht nur körperlich und Beatrice, sondern kümmerte sich auch um ihre Psyche. Er geht regelmäßig mit Beatrice spazieren, besucht Yoga-Kurse für schwangere Frauen und hat sogar kochen gelernt und nahehafte Mahlzeiten für sie zuzubereiten. In einem aktuellen Interview teilte Florian mit, Beatrice ist die wundervollste Frau, die ich je gekannt habe. Auf sie, um das Baby aufzupassen, ist mein größtes Glück. Ich möchte sicherstellen, dass sich Beatrice während ihrer Schwangerschaft wohl und sicher fühlt. Neben der körperlichen Betreuung liegt der Schwerpunkt von Florian auch auf der emotionalen Unterstützung von Beatrice. Er schafft immer romantische, unerwartete Momente und die Liebe und Verbindung zwischen zwei Menschen zu bewahren. Filmabende zu Hause, romantische Abendessen und die gemeinsame Planung der Zukunft gaben Beatrice das Gefühl, geliebt und geschätzt zu werden. Beatrice erzählte in einem Interview, Florian weiß immer, wie er mir das Gefühl geben kann, etwas Besonderes zu sein. Er ist nicht nur ein toller Partner, sondern auch ein toller werdender Vater. Ich bin so dankbar, ihn auf dieser Reise an meiner Seite zu haben. Das Bild von Florian, der sich hingebungsvoll und Beatrice kümmert, hat in der Öffentlichkeit Unterstützung und Lob erhalten. Auf sozialen Netzwerken brachten viele Fans ihre Bewunderung und ihren Segen für das Paar zum Ausdruck. Ein Firma schrieb, Florian ist großartig. Er ist der Beweis für einen Mann, der seine Familie liebt und sich um sie kümmert. Ich wünsche euch beiden, dass ihr immer glücklich und gesund seid. Mit der liebevollen und aufmerksamen Betreuung von Florian erlebt Beatrice Igli eine glückliche und gesunde Schwangerschaft. Beide freuen sich sehr auf die Geburt des Babys und den Beginn eines neuen, bedeutungsvollen Kapitels im Leben. Florian fügte hinzu, wir freuen uns auf den Tag, an dem wir unser Baby kennenlernen können. Es wird der besondere Moment unseres Lebens sein. Ich werde immer an der Seite von Beatrice und unserem Kind sein und meiner kleinen Familie meine ganze Liebe und Fürsorge widmen. Das Bild, wie Florian Silbereisen sich während der Schwangerschaft hingebungsvoll und Beatrice Igli kümmert, ist für viele Menschen zu einer Quelle der Inspiration und Freude geworden. Die Hingabe und Liebe, die er für Beatrice empfindet, ist nicht nur ein Beweis ihrer wunderbaren Liebe, sondern auch ein Vorbild für viele andere Familien. Wir wünschen Florian, Beatrice und dem neuen Baby alles Gute. Mögen Sie immer glücklich und erfolgreich sein und weiterhin inspirieren.